Musik 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 Jetzt sind wir in der Eisenwarenhandlung Eckergurtdorf Anne braucht Eisen Die will eine Konstruktion Musik Meine Frau will ein Gestell zusammenschweissen um Scheiterholz rein zu packen und das dient dann zugleich auch zum Feuern für meinen Smoker dass ich da Holz habe und als Sichtschutz, Windschutz soll es dienen Der Lieferwagen habe ich Hoppigen ausgeliehen und zuerst waren wir in Oberburg aus dem Restaurant, Bahnhof Tische hat die Genecke geschenkt Die werden wir auch irgendwo auf unserem Hof platzieren Musik Musik